Ich wünsche einen wunderschönen guten Tag in Seven Days. Wir sind ja immer noch hierbei. Wir müssen das Stück noch, wir müssen aber auch die Straße weiter. Da machen wir jetzt auch erstmal weiter. Ich sehe gerade, stimmt, im Bürgersteig haben wir sogar ein Stück. Aber ich muss mal was gucken. Wie weit müssen wir hier eigentlich? Ich will ja nun nicht hier alles machen, aber zumindest im Teil. Aber bis ungefähr hier müssen wir, damit wir die Straße hier umgehoben kriegen. Okay, dann würde ich so gehen. Ihr Kind ist, ihr Kind ist. Wir müssen ein bisschen den Boden baggern. Lässt sich leider nicht verhindern. Einmal hier durchsemmeln. Das geht mit dem Bohrer leider nicht wirklich schneller. Nur lauter. Es geht, aber ich finde, so schlimm ist es auch nicht. Die 1500 hier. Da müssen wir durch. Ach man richtig, dachte gerade. Nichts alles nix. Dafür wird es hier überhaupt ordentlich. Ich wünsche dir bloß, wenn du beschmeckst, dann muss ich auch. Wir haben einfach zu selten Besuch. Was haben wir da eigentlich gepflanzt, was wir denn pflanzen? Ich glaube, Xantene, Goldrute, ja. Aber welchen Abschnitt? 3-3? 2-2? Ich weiß es gar nicht mehr. Müsste ich gucken. Aber wir brauchen eh noch Pflanzen. Müssen wir gleich auch nochmal sammeln gehen. Das ist alles nix. Gut. Immerhin gibt es Stein. Kann man sich nicht beschweren. Gut. 2 machen wir jetzt noch. Den ist erstmal... Den machen wir erstmal hier los. Ich glaube, uns geht der Beton aus. Schön. Das ist ja schon mal die ganze Ecke. Den... 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 Während er hier unten Ostawa auffüllt. Eine 3-3 haben wir. Okay. 3-3... 2-2... Das ist Chrysanthene. Das... Alles klar. Ja, die müssen wir unbedingt noch sammeln. Haben wir ja selber gar nicht genug von. Unbedingt. Das klingt. Gut. Wir haben hier 3. Das kriegen wir. Komm Junge. Füll mal ein bisschen schneller auf. Das geht so nicht. Danke. Ne. Ne. Ich hab wirklich mal hier beim Test. Mal die Zeit gestoppt. Zwischen Bohrer und Spitzhacke. Also wenn man Spitzhacke auch 6 hat. Und geskillt hat. Dann ist der Bohrer pro Block. Ganze 2 Sekunden schneller. Das ist es nicht wert für den Krach, den das Ding macht. Also... So sehe ich das. Das war anders, eine A20. Weiß ich. Aber hier... Lohnt sich der Bohrer, ehrlich gesagt. Außer wenn man vorhat, sich eine Hörstuhr zuzuziehen. Schön. Aber gut. Das ist ja auch schnell gemacht. Muss hier ordentlich. Zumindest haben wir jetzt den Dreck wie hier. Diesen in der Luft schwebenden Blutfleck. Den kriegen wir dann endlich mal weg. So. Und hier brauchen wir glaube ich sowieso nur noch Schaufel. Gucken wir mal. Ob ist er das wieder ordentlich? Dann erstmal wieder Blöger hin, Zaun hin. Hab ich die Lampen noch einstecken? Ja. Ich hatte Angst, ich hab sie schon wieder weggeschmissen. Schlechtes Wetter gibt's auch wieder. Ja, der darf so zu gehen. Also ein, die vier, alles wie immer. So. Den, 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 den. Nehmen wir den raus. Den, nehmen wir den. Da können wir auch gleich wieder ein paar neue herstellen. Wie viel Holz haben wir noch? Genug. Dann machen wir mal 100 Stück. Danke. Dann brauchen wir erstmal den da. Den kopier mal. Danke. Kannst du die Stellung gleich mitkupieren. Das ist eigentlich völlig übertrieben, was wir hier machen. Aber das tut man nicht alles, damit es gut aussieht. So. Hier müsste der auch noch einmal erforschen. Richtig so. Und damit halt einfach wieder, wie wir es kennen, normaler Block rein. Die, 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 die. Sehr schön. Aber ein bisschen mehr Sonne wäschen, schön. Das ist mir zu dunkel. Das ist nicht so schön. Die, die, die. Allgemein finde ich ein Spiel ein Wettereffekt einfach nur furchtbar. Ich weiß nicht warum. Klar, es wird eingebaut wegen Realismus und so. Aber es ist einfach nähefähig. Und es macht keinen Spaß. Also so realistisch muss ein Spiel nur auch nicht sein. Schön. Den nähen wir das. Ich würde sagen, den tackern wir, dass ich erstmal fest habe. Ich brauche noch genug einstecken. Keine Ahnung, warum das so gummisch liegt, aber passt schon. Damit wir auch gleich den Zaun und Lampen hinmachen können. Und Tag von der 7.40 haben wir ja schon wieder heute. Schlimm mit meiner Paranoie, ne? Ganz, ganz schlimm. So, das Ding ist aber auch immer laut. Aber da haben sie gleich. Ah, ich weiß, das sagt nichts. Ich wollte selber, dass das hier übertrieben ist. Haben wir eigentlich noch Beta? Ich glaube nicht, ne? Oder hatten wir Beta angesetzt? Da müsst ihr euch auch mal gucken. Ich weiß es nicht. So, jetzt haben wir es hier aber auch nicht geschafft. So, wir müssen sowieso gleich runter. Wegen Beton und so. Dann machen wir jetzt erstmal den Zaun. Einmal kopieren, mein Freund. Danke. Ganz ruhig die Stellung mit kopieren. Dann pflanzt den hier einmal hin. Ich meine, wir hatten irgendeine Werkbankbete reingeballert. Ich bin mir jetzt aber nicht ganz sicher. So, den. Kopieren einmal den Pfosten. Ebenfalls die Stellung. Jetzt wollen wir mal kurz abzählen hier. Ein, zwei, drei, vier. Jeder fünfte, okay. Ein, zwei, drei, vier, fünf. Ein, zwei, drei, vier, fünf. Ah, Sonne. Ein, zwei, drei, vier, fünf. 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 Okay, dieser passt das, ja? Schön. Den hier müssen wir auch noch einmal festtaggern. Und ich glaube, dafür reicht bitte noch nicht mehr. Aber werden wir sehen. Na? Wollte ich gerade mechanizieren. Oh, gerade ebenso. Wir haben noch vier Blöcke Beton. Schön. Denn, ähm, malen wir jetzt hier einmal kurz an. Das kriegen wir schon alles hin. Machen wir erstmal hier. Kopieren, damit uns nicht wieder alles voll schmiert, machen wir es jetzt einzeln. Die, 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 die. Den kriegen wir jetzt zumindest eine schöne Straße rum. So. So, ist schon richtig so. Ich dachte gerade, da unter dem Forsten macht er nicht. Aber passt schon. Hm. Farbe ist ja auch fast leer. So, was habe ich mir gemacht? Schön. Den hier einmal den da. Danke. Hm. 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 Hm, 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 hm. So, und dann müssen wir gleich einmal, bevor wir die andere Seite machen, runter. Wir brauchen Beton. Flas hast du da, muss ich gleich mal gucken. Wir brauchen Farbe. Wir brauchen ja auch die Beete. Ich hoffe wirklich, dass ich sie angesetzt habe. Ich meine es zwar, aber sicher bin ich mir nicht. So, hier noch einmal. Ich glaube, die Farbe reicht nicht mal für alles. Reines Luxusbürgersteigend mit den Marmorenkanten. Ich höre das. So, und hier kommt dann natürlich der hin. Die Zeit rennt auch schon wieder. Zaun muss ja auch noch. Die Fahrbe reicht nicht. Definitiv nicht. Schade. Bürgersteig kriegen wir vielleicht noch fertig. Und dann hört es näher auch auf. Schade. Hoffentlich kriege ich das zumindest noch fertig angemalt hier. Ja gut, wir haben noch genau eine Farbe. Das ist natürlich prima. Den kopier hier mal und zack, Farbe alle. Dann kann ich gleich nach dem Beeten und so gucken. Fürs Antenne und so sammeln wir den am nächsten Tag. Dann müssen wir den wirklich mal. Wir haben zwar hier da, aber die will ich ja nur ungern alle abhauen. Die sind ja Deko. Die werden wir so ein bisschen in der Pampa suchen. Den lasst uns auch mal runter. Da, 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 da. Können wir gleich gut gehen. Ah, Keller finde ich immer wieder hübsch. Schön. Bip. Mal mal trotzdem mal gucken. Ja gut, Flassers, dann können wir auch gleich mitnehmen. Das ist jetzt nicht so viel. Peter, man, und 13,1 decken ist jetzt aber auch nicht so viel. Gucken wir mal kurz. Haben wir noch? Hier nicht. Farbe hatten wir gemacht, ne? Ejo. Die ganze Zeit mitnehmen. Betrieben viel, aber da haben wir zumindest genug. Das sind Reparatur-Kits. Da kann man auch die mal einstecken. Ich habe keine weiteren Beta eingesetzt. Echt nicht? Nur noch die 13? Oder habe ich sie in Müll geschmissen? Wäre auch möglich. Bäh. Das ist natürlich nicht so schön. Die gehen hier mit rein. Gut, das müssen wir machen. Was war das? Holz, Nitrat und Gammelfleisch, ne? Ich glaube hier auch. Gammelfleisch hatten wir ein bisschen. So. Holz haben wir auch. Dann brauchen wir noch ein bisschen Nitrat. Also geht so nicht. Davon brauchen wir noch mehr. Nitrate. Den lassen wir uns einmal hier ran. So. B-Tief. So. Wie viel willst du hinkriegen? 17 Stück. Was? Woran mangelt es? An Lehm. Ich habe Lehm vergessen. Lehm, 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 Lehm. Haben wir überhaupt noch Lehm? Ein bisschen. Ein kleines bisschen. So, ran da. Jetzt kriegen wir 125 hin. Das ist zumindest ein Anfang. Shit. So, Rest Nitrat und das kommt weg. So, der eine Lehm hier geht wieder rin. Oder 630 Lehm. Durst hat er auch schon wieder. Trinken müssen wir neu. Entstecken sehe ich gerade. Denen kommt Nitrat hier wieder rin. Das passt. Und der eine Gammelfleisch kommt auch weg. So, Trinkien. Fertig Getränke. Haben wir da noch irgendwas? Ja, hier. Nimm die mit. Obst du aber, du hast was zu süffeln, mein Freund. Jetzt stecken wir noch ein bisschen Beton und Koppelstone mit ein. Und ein bisschen Beton. Zack, zack, zack. Wir können oben nämlich jetzt ohne Probleme weitermachen. Können zwar jetzt ein bisschen dunkel werden, weil wir mal wieder diese unsägliche Nacht haben. Aber ändern kann man es auch nicht. Ah, wir haben ja ein bisschen Licht, ne? Fünze Licht halt. Di, 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 di. So, raus hier. Die, di, 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 di. Schön. Mollen wir jetzt erstmal den Zaun zu Ende. Sein muss, muss sein. So, zack, zack. Den einmal oben drauf. Von den Seiten hat er es ja, glaube ich, alle. Ja. Und da ist die Nacht. Schön, schön. Hier noch einmal. Muss ja sein. Vielleicht kriegen wir zumindest jetzt mal ein bisschen Besuch. Wäre auch schön. Dann wird das hier auch erledigt. Und ich glaube, bevor wir jetzt hier weitermachen, sämmel ich erstmal hier weiter die Beete hin. Sonst kriegen wir das hier nie fertig. Ist zwar schade drum, aber lässt sich halt leider auch nicht ändern. Plus, die haben halt so viel Leben hier, nicht? Ich glaube, deswegen hatten wir ja auch Stück für Stück weitergemacht. Wir wollten ja auch Stück. Gut, dann machen wir jede Folge ein paar Blöcke, denn sind wir irgendwann hinten. Dauert das nicht halt so lange. Aber nochmal nicht ernsthaft. Gegen ein paar Zombies, zwischendurch, hätte ich nichts einzuwenden. Der Abwechslung halt. Können wir mal so weitermachen, bis dann der Ausdauerweg ist. Da hat man zumindest immer ein bisschen. Zwei, drei Decken hier unter der Mauer noch was hinzusetzen. Diese Geräusche, die fallen mir jetzt auch erst richtig auf, wo es alles lauter ist. hört sich an, als wenn hier irgendwie ein Schreier um die Ecke rennt oder so. Wanna sehen? So, jetzt die Ausdauer eh gleich weg. Ja. Oh, 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 ne! Wow, da! Hallo, dann habe ich mich ja schon. was macht ihr da man 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 hab ich mich gerade erschrocken die kommen aber auch halt das klingt nach moment ich höre dich doch wo bist du denn heute planst du youtube da wo sind deine freunde hast du gerade geschrien freunde in der nacht schön er lebt ja noch und zurückkommen war hier nicht die rede meine freunde da kommt noch mehr stevie aus so darf ich jetzt mein fleisch schlachten schön da kommt ja noch mehr guck mal ist ja schlimm hier noch mehr ne ne jetzt erstmal ruhe wie viel bitte haben wir nicht einstecken dreizehn und rausgehauen haben wir hier jetzt wurde mal mach den mal zu block mein freund ein zwei drei vier fünf sechs sieben erst okay dann wird das hier acht neun das hier wäre denn zehn elf ja gut haben wir es ja gleich haben wir zumindest alle bitte hier drin die nummer zwölf und gleich noch einmal die dreizehn ja dann passt das erstmal ja dann bitte müssen die erstmal hergestellt werden so schön hier muss natürlich auch runter war alles schon angedätscht hier ne das werden wir gleich mit reparieren so ein zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn elf zwölf dreizehn passt doch einmal fest tackern schön sag mal die eine schreierin und die eine hunde ruhe dann das war es schon wieder sehr so den sind wir den hier rein so wirst du ja so haut es auch hin bi 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 di un hm und stück fehlt noch aber sind auch schnell eine ganze ecke weiter so ist es non denen müssen hier natürlich noch die lampen hin da haben wir noch eins stecken die fahren wir da mal zwischen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also bei jedem neunten? Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8. Und neun wäre hier. Das passt nicht? Oh, passt halt nicht. Ah, ist mal unterschiedlich. Okay. Neun wäre also hier. Ah, gut. Dann machen wir hier ausnahmsweise eine 8 draus. Oder eine 10. Fällt ja gar nicht auf, auf den ersten Blick. So, aber hier wieder nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jetzt wird er mich verarschen. Gut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Überall okay. Denn eben so ist auch nicht schlimm. Lampen sind drin. Ist nur echt schade, dass sie nicht leuchten. Oder die gibt es ja auch nicht beleuchtet. Haben wir ja geguckt. Schön. Dann machen wir jetzt erstmal diese Räule hier. Und inzwischen sind dann auch die Beete fertig. Denke ich. Hoffe ich. Die Nacht ist auch schon wieder halb rum. Ich finde das Schlimmste ist immer die Straße selber. Weil die halt so breit ist. Wurde gleich mal gucken. Wie weit? Das soll ja symmetrisch sein. Das Problem hier hätten wir gar nicht. Wenn man Asphalt mal richtig verlegen könnte und dass da Spalten entstehen. So, ich glaube ich muss jetzt gleich mal gucken. Ein bisschen wissen wir noch. Okay, da ist die Wichterausdauer. Warum? Angst, tun wir es aber noch. Warte mal, dann kann ich hier auch mal ganz kurz... ...dauer sind die Blöcke. Damit ich weiß, wie weit ich muss. Und quasi bis hierhin. Ja, ja. Kleines Stückchen muss noch. Echt, ne? Ruhig hier. Bis auf jetzt hier eine Horde. Und ich vermute mal, die Uschi kamen durch die Waffen, die geschossen haben. Nicht toll. Ich habe aber trotzdem nass immer das Gefühl, dass ich was höre. Ja, das ist schlimm. Das ist echt furchtbar. So, ich glaube ein weiter, ne? Ein weiter. Schon wieder, Doris? Du hast doch gerade was getrunken. Das ist ja schlimm hier. Nee, nee, nee. So. Gut, und das ist hinteren halt wieder nur. Schaufel. Wie sind wir hier? Gucken wir gleich mal nach den Beeten. Fertig sind sie in Sicherheit noch nicht. Aber... Mit Glück haben wir da schon genug gemacht für die Seite hier. Und da wird es näher auch richtig schick hier. Muss sein. Geht nicht anders. Tut mir leid. 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 Oh, so dunkel wie. Ich dachte, es ist hier jetzt auch nicht. Na? Schön. Jo. Hier muss natürlich auch gleich unter, das ist klar. Ich hab bloß echt immer das Gefühl, ich weiß nicht warum, dass ich hier was will. Ich weiß nicht, vielleicht geht's nur mehr so. Könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Aber ich find diesen Müll, der hier überall auf den Straßen und Gehwegen und so rum liegt. Klar, das soll Apokalypse und so darstellen. Ich find das einfach nur furchtbar. Das stört mich so massiv. Und deswegen überhaupt diese riesen Umbaumaßnahmen, um den Müll irgendwie wegzukriegen. Das ist einfach furchtbar. So, jetzt kommen wir aber bitte nicht runter, liebe Mauer. Ich glaube, da mach ich sicherheitshalber. Alle paar Blöcke mal Holz, oder? Was wäre mich sonst, ehrlich gesagt, nicht so schön, wenn die runterkommt? Danke schon. Gut. na ordentlich dankeschön noch mal warte mal hier noch mal 100 stück gehen ja schneller weg als man gucken kann hier ist auch alles angedätscht sieht man hier gerade alles so schön wunderbar denn es ist ein sehr mal rein man kommt na die Uschi ist rein ne wirklich wieder einzelne Block was habt ihr hier gemacht ich meine ist jetzt nicht weiter tragisch das war bestimmt der Polizist der sich hier gespringt hat da muss ich so mal gucken die haben was vom Kaffeefeld weggefressen da muss ich gleich auch noch mal gucken das wundert mich eigentlich eigentlich hätte er nicht durchs Kettertisch springen dürfen aber gut man weiß ja nie in Seven Days ich glaube hier muss noch einer rein oder? ja so ist richtig habe ich gerade Hundi gehört ich meine ich habe Hundi gehört so der kann inzwischen wieder weg aber scheint nicht so die Nacht ist eh gleich rum die 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 Was sein muss, muss sein. Na, fall doch nicht immer gleich runter, mein Freund. Dankeschön. Ordentlich machen. Aber drucke ich zu schnell? Oder was ist das hier? So. Und daneben kommt einfach nur ein normaler Block. Und das andere sind ja die Biete. So, den Kopier. Die, 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 die. Ordentlich, bitte. Das ist schon wieder fast weg, die Blöcke. Alter, das geht so schnell. Dabei bauen wir nicht mehr wirklich viel. So, und hier würden die Biete reinkommen. Wir machen auch mal festtaggern her. Nacht ist auch vorbei. Jo. Das war's für die Nacht. Auf jeden Fall kriegen wir vor der nächsten Rode noch mal ein Level-Up. Das ist so schön. Könnte sogar sein, dass wir jetzt noch ein Backup. Jo. Sehr schön. Level 185. Na cool. Na, mach unten hier. Immerhin, da sind wir auf 30.000 E.P. gekommen, ne? Okay. Wir schnappen uns jetzt einmal kurz den Pinsel. Äh, do. Nimm einmal kurz DOS da. Damit man das nicht so durch die Biete durchgucken sieht. Hm, genau. Ich weiß, hab ich gestellten, weil es sowieso viel gießen, aber gut. Es fällt ja kaum auf. Aber da, wo man dran denkt, kann man es ja machen. Schön, schön. Und er sollte auch schon ein paar Biete hergestellt haben. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und den, na ja, das wird hier nachher der Schlimmste, die Straße. Das lässt sich nicht abstreiten. Ring haben wir auch schon wieder. Tag 144. Aber das hier wächst ja auch so langsam. Was kriegen wir schon denn? Hoffe ich. Denke ich. Ich will noch einmal kurz gucken. Hier, wo die Hunde vorhin waren. Ach so, und Schusswaffen die hier auf den Boden ballern, ne? Wo waren die Hunde? Hier ungefähr, ne? Da ist der Zaun mich etwas angedetscht. Ja. Haben ja versucht, da irgendwie, anstatt rüber zu springen, sich durchzuquetschen. Elektrige Parts brauchen wir dafür. Na ja, okay. Passt schon. Gut. Ich gehe dann nach unten. Gucke, wie viele Biete schon fertig sind. Und wir sind für heute leider aber auch schon wieder am Ende. Natürlich machen wir hier weiter. Wir wollen es ordentlich haben. Aber eigentlich kommen wir gut voran, auch wenn es sich ein bisschen zieht. Die Game System ist mittlerweile 372. Bin mal gespannt auf die nächste Runde. Ich meine, das sind auch drei Tage. Da kriegen wir bestimmt noch mindestens ein Level abhin. Ich hoffe es zumindest. Also, schön, dass ihr dabei wart. Bis zur nächsten Folge. Tschüssi. Tschüssi.